So, Moin und Hallo! Herzlich Willkommen zur Pressekonferenz. Was wird denn da getuschelt? Ich sage nur noch einmal kurz Hallo vor unserem Auswärtsspiel beim 1. FC Kaiserslautern. Sonnabend 20.30 Uhr, Anpfiff vor knapp 50.000 Fans, mindestens mal 4.500, die die Daumen für den HSV drücken werden. Bei mir ist unser Cheftrainer Tim Weiter. Moin Tim. Moin Philipp. So, und jetzt gibt es das Mikro, damit wir wissen, was da getuschelt würde. Wer möchte denn den Anfang machen? Lass Pegelung, hm? Jetzt? Wäre deine Chance. Was? Für NDR 90,3. Nein, nicht der Herr Vorbau. Was ist denn da los? Aula, du gibst das Mikro dann nach hinten. Ja, wirklich. Das könnt ihr doch nicht machen. Ihr sagt Bescheid, wenn ihr so weit seid, ne? Tag, Herr Walter. Tag, Herr Walter. Moin. Man könnte sagen, jetzt haben Sie auch mal sowas wie Volkspark-Atmosphäre auswärts. Also da wird was auf Sie zukommen am Wochenende. Wie ist denn so Ihre Gemütslage vor der Fahrt hoch dort auf den wunderbaren, stimmungsvollen Betzenberg? Gut. Ist schön. Ist schön, wenn auswärts so viele Zuschauer sind. Ja, ist auch schön, dass natürlich auch wieder ganz, ganz viele von uns sind. Und von daher freuen wir uns einfach auf ein Traditionsduell, Samstagabend. Also von daher ist auch, glaube ich, für alle, die am Bildschirm dann auch sitzen, auch schön. Von daher freuen wir uns drauf. Wir freuen uns drauf. Ist gut. Ja, war auch so. Also. Kai-Uwe Hesse für die Bild-Zeitung, bitte. In dieser Woche kann man ja auch mal am Anfang gleich über das Personal sprechen. Sie haben ja mehr angeschlagene und verletzte Spieler als sonst oder mehr als Ihnen lieb ist, vermutlich. Wie ist denn der Stand? Ja, das stimmt. Es sind schon einige. Teilweise kann man natürlich dann auch wenig dafür. Trotzdem, wir haben ja auch einen breiten Kader. Das ist natürlich auch schön. Ja, da hat man jetzt dann auch gesehen, dass Manu dann reinkommt und Mo reinkommt und dann auch da nahtlos anknüpfen. Aber es ist natürlich nicht schön, dass Injas jetzt ein bisschen länger ausfällt mit einem Muskelfaserriss. Das ist natürlich Ludo mit seiner Geschichte. Ja, und dass er dann wahrscheinlich dann auch viel länger ausfällt als geplant. Das passiert einfach. Ist natürlich eine unglückliche Situation, aber auch überhaupt gar kein Vorwurf dann an den Gegner. Aber wenn du halt dann unglücklicherweise noch gegen eine Kiste fliegst, ja, dann ist das natürlich vielleicht bei einem oder anderen bei uns, dann wäre das dann wahrscheinlich auch passiert. Also es ist ja jetzt nicht zwangsläufig, dass dann immer die Schulter raushüpft. Aber ja, tut uns natürlich auch weh, weil er immer vorangeht, weil er wirklich ein Leader geworden ist. Und das schmerzt. Aber wie gesagt, wir haben noch etliche andere jetzt, die dann auch in die Bresche springen können. Dann bei Basso ist immer noch keine Besserung in Sicht. Es wird auch noch eine Weile dauern. Der probiert, der ist drin. Bei Jean-Luc, der hat Schambeinprobleme. Der Hoffmann, der wird wahrscheinlich für das Wochenende auch ausfallen, wird aber dann definitiv nächste Woche wieder auf dem Platz stehen. Bei Anzi mit seinem Wadenbeinbruch wird es auch immer besser. Geht schon ohne Krücken. Macht natürlich im Kraftraum auch schon sehr, sehr viel. Aber wird definitiv halt auch noch drei bis vier Wochen gehen. Und sonst haben wir noch jemanden, Philipp? Habe ich jemanden vergessen? Andrasch zurück. Andrasch zurück, ja, ja. Darum ist das für mich jetzt kein Thema, weil er wieder voll im Saft ist. Ich will einmal kurz nachfragen. Gerne. Sie haben eben zu Reis gesagt, es fällt länger aus, als Sie vielleicht gedacht haben oder so. Ist das jetzt, dass er sich jetzt entschieden hat, wie er seine Behandlung fortsetzen möchte? Nein, das noch gar nicht. Also da sind immer noch Experten dran, was in dem Fall das Bessere ist. Wir haben aber natürlich Aufsichtspflicht, gerade meine Ärzte. Und müssen natürlich auch an seine weitere Zukunft denken, dass wir da auch ihm so zur Seite stehen, dass es für ihn dann auch der Idealfall dann auch ist. Also wird jetzt gerade noch beraten, einfach, was wir machen werden. Thorsten Vorbau für den NDR. Endlich. Moin, Herr Walter. Moin, hi. Was macht Immanuel Ferreira für einen Eindruck auf Sie im Moment? Er hat ja auch eine lange Leidenszeit im Prinzip hinter sich, aber jetzt wieder voll im Saft. Also welche Leidenszeit meinen Sie? Ein Effekt, C gebrochen, so Verletzungen. Okay, ja, dann verstehen wir uns richtig. Ich glaube, dass er gerade mit seinem Einsatz am Wochenende gezeigt hat, dass er viel Freude versprüht, dass er viel Energie auf den Platz bringen kann. Ja, das zeigt er auch mittlerweile im Training sehr häufig. Es kann immer natürlich noch ein bisschen besser gehen, aber er ist ja auch noch ganz frisch bei uns. Für mich ist aber wichtig, dass er diese Bereitschaft mitbringt und dass er einfach auch besser werden will. Und das zeigt er, er hört gut zu, er ist sehr kritikfähig, er versucht es dann auch umzusetzen. Von daher ist es schön, wenn wir ihn peu à peu dahin bringen, dass er noch mehr entfaltet von dem, was er eigentlich noch drauf hat. Weil das ist wirklich eine ganze Menge und da können wir uns schon noch freuen, was von dem Kleinen dann auch alles kommen wird. Simon Brasch für die Mopo, bitte. Hallo, jetzt die Möglichkeit für ein paar Spieler, die nicht so oft zum Einsatz kamen, sich mal zu zeigen. Moritz Heyer könnte ja hinten rechts die Nase vorn haben. Wie macht sich denn William Mikkel-Bronzis? Ja, wir haben auch noch Nico, Nico Oliveira. Von daher, er spielt ja auch in der U20-Nationalmannschaft, ist da auch gesetzt. Also von daher haben wir definitiv Möglichkeiten, da zu agieren. Wie wir es dann letztendlich auffangen, das wird sich dann am Wochenende zeigen. Aber ich bin mit allen sehr zufrieden. Ja, gerade Mo, als er reinkam, hat er das wirklich gut gemacht. Hat direkt angeknüpft an das, was wir von ihm erwarten. Und es war nicht einfach, nach so einer Zeit dann auch so schnell dann auf dem Platz zu sein und gleich zu performen. Von daher hat er das sehr gut gemacht. Aber wie gesagt, die anderen zwei Jungs, die stehen ihm in nichts nach. Und von daher freue ich mich, dass jetzt die anderen so ein bisschen auch auf sich aufmerksam machen können. Thomas Hörner für die Süddeutsche Zeitung. Hallo Herr Walter. Moin. Kaiserslautern hat in der Vorsaison einen sehr, sehr reagierenden Fußball gespielt, glaube ich. Mittlerweile erkennt man doch ein paar aktivere Elemente, gerade auch mit Balllösungsfindung und so. Wie beurteilen Sie diese Entwicklung? Und ja, es ist ja noch anzumerken, dass das in der Vorsaison einfach noch ein Aufsteiger war. Also ist das, wie beurteilen Sie diese fußballerische Entwicklung von Kaiserslautern? Also klar, du hast zum einen deine Zuschauer hinter dir. Ja, sie sind ähnlich wie wir sehr heimstark. Trotzdem haben sie auch, wenn man das Ganze so betrachtet, wie Sie es jetzt gerade ansprachen, immer noch den wenigsten Ball in der ganzen Liga. Also ich glaube, dass sie eher andere Stärken haben. Das geht darum, schnell im Umschalten zu sein, gut bei Standards zu sein, eine Wucht und eine Energie auch auf den Platz zu bringen. Das machen sie wirklich gut, gerade in der Offensive, haben natürlich auch ein bisschen Mängel in der Defensive und das ist einfach der Ansatz. Aber ich will hier weniger Dinge über den Gegner ausführen als über uns. Aber auf jeden Fall wird es ein schönes Spiel gegen einen sehr guten Gegner, der einfach eine Wucht hat und sich dann auch in der Breite des Kaders nochmal verstärkt hat. Wenn man die Spieler sieht, die dann auch Kaiserslautern dazugeholt hat, die sind ja nicht von ungefähr da oben. Also es ist schon so, dass sie sich dann auch sehr, sehr gut verstärkt haben. Und wenn kein Aufsteiger mehr hilft auch, ne? Jan-Philipp Gohundberg für die dpa. Hallo Herr Walzer. Moin. Jetzt kann es ja gut sein, dass Dom P. nicht einsatzbereit ist. Da haben Sie mit Königsdorfer und Ostonale ja auch direkt zwei Alternativen. Haben Sie für sich selbst schon eine Tendenz oder eine Entscheidung getroffen, wer da den Vorzug im Falle bekommen würde? Ja, einer von beiden. Auch gut, gefällt mir. Markus, deine Fragen. Markus Jürgensen für Sky. Ich hatte die Gelegenheit, mit Laszlo Benesch heute zu sprechen und über seine Rolle und gerade, die er zuletzt dann eingenommen hat. Ich habe mit ihm über Schlüsselspieler gesprochen. Ist er für Sie ein Schlüsselspieler gerade in dieser Phase jetzt oder grundsätzlich? Also so, wie er momentan die Lösungen wählt, ist er einer von elf Schlüsselspielern. Das kann man sagen. Aber nein, ich bin wirklich sehr zufrieden mit Lazi, weil er auch viel mehr in eine verantwortungsvolle Rolle schlüpft. Und das steht ihm auch gut, das tut er auch. Es tut ihm auch gut und von daher ist er immer sehr glücklich darüber, dass er nicht immer nur runtergebrochen wird auf gute Standardsituationen, sondern auch aus dem Spiel heraus wirklich sehr viele Akzente setzt. Er ist ruhiger. Er war immer so voller Energie und voller Tatendrang. Und dann war er manchmal so ein bisschen hippelig und da hat er sich enorm verbessert. Ich finde, dass er viel strukturierter Fußball spielt und viel verantwortungsvoller für seine Mannschaft Fußball spielt. Und das tut uns gut, das tut ihm gut. Ja, und von daher freuen wir uns, dass er das gerade so gut macht. Gerne nochmal. Wir haben auch über Ihre Rolle gesprochen als Trainer beim HSV und hat über Sie gesagt unter anderem, dass Sie die Ideen logischerweise mit an die Hand geben, aber unter anderem auch Ihre Tür immer offen ist und man mit allen Dingen auch außerhalb des Fußballs zu Ihnen kommen kann, dass er das als besonders wichtig empfindet. Was macht das mit Ihnen, wenn Sie sowas von Ihren Spielern hören? Schön, freut mich. Freut mich sehr. Gut. Aber für mich ist das normal. Ja, für mich ist es einfach normal, weil ich bin ein Mensch, bin natürlich der Trainer, versuche natürlich den Jungs Handlungsmechanismen und Handlungsprinzipien an die Hand zu geben. Letztendlich entscheiden sie auf dem Platz. Ja, aber außerhalb, ja, ich bin ja auch einer, der dann auch ein bisschen Späße macht mit den Jungs. Und ja, bei mir kann jeder immer rein und ja, weil ich natürlich auch Freude empfinde, wenn ich immer mit den Jungs mich umgeben kann. Ja, und das ist so unser Miteinander einfach in der Kabine. Und klar freut einen das, wenn man das über sich selber hört. Ist schön, aber es zeigt ja auch, dass ich nach außen, wenn ich das euch erzähle, dann auch die Wahrheit sage. Simon Brasch nochmal für die Mopo. Ihr letztes Spiel auf dem Betze ist ja ungefähr ein halbes Jahr her, war sehr hitzig und feurig damals, das 0-2. Gibt es noch irgendwas, was Sie aus dem Spiel mitnehmen und besser machen können oder ist es überhaupt nicht mehr zu vergleichen? Ja, es war ja so, ich kann mich noch gut erinnern, einfach an die Dinge und weil wir es natürlich diese Woche wieder analysiert haben, dass wir in dem Spiel einfach zu viele Fehler gemacht haben und das waren zwei ausschlaggebende Fehler und dadurch haben wir das Spiel verloren. Ja und vorne dann einfach, aber das ist ein Abbild der letzten Wochen, noch konsequenter sein müssen, noch genauer sein müssen. Ja und daran arbeiten wir einfach und das ist die Zukunft, die dann einfach uns zeigen muss, dass wir, wenn wir das machen, dass wir noch erfolgreicher sein können. Und ich glaube, dass das ganz wichtig ist, dass wir diese Power, diese Präsenz und einfach diese absolute Gier und die absolute Überzeugung mit dahin nehmen, um letztendlich dann auch die Spiele zu gewinnen. Henrik Jakobs vom Hamburger Abendblatt. Moin, Herr Walter. Moin. Sie haben Ihre Heimstärke schon angesprochen. Zu Hause sind Sie sehr dominant, erspielen sich sehr viele Torchancen. Auswärts klappt das noch nicht ganz so gut. Woran liegt das genau? Jetzt mal abgesehen vielleicht von den Zuschauern, gerade so das Torschussverhältnis ist doch auswärts oft nicht so wie hier zu Hause. Ja, ist ja ein bisschen paradox, finde ich. Ja, weil natürlich letztes Jahr waren wir auch die auswärts stärkste Mannschaft und haben daheim eigentlich trotzdem mehr Punkte geholt als auswärts. Ja und es ist auch immer so, dass natürlich Mannschaften wie jetzt auch Lautern, die auch sehr Heimsteig sind, natürlich dann zu Hause vielleicht etwas mehr punkten als auswärts. Bei uns trotzdem auswärts auch immer die Lage so ist, dass wir ganz, ganz viele Auswärts- Zuschauer dabei haben. Also von daher können wir auswärts auch wie als eine Heimmacht auftreten. Aber ja, wie gesagt, daheim sind wir eine Macht. Das heißt ja aber auch nicht, dass wir auswärts nicht, oder dass wir auswärts auch machtlos sind, das sind wir ja auch nicht. Von daher versuchen wir das schon mitzunehmen, dass wir besser werden wollen, dass wir besser punkten müssen, auf jeden Fall. Aber noch mal, wir sind ja trotzdem, wir fahren dahin, um zu gewinnen und das ist, glaube ich, der Anspruch und wir wissen, dass wir einige Dinge besser machen können. Ja und das probieren wir am Wochenende gleich. Kai-Uwe Hessel noch mal für die Bild-Zeitung. Ich habe ja gesehen, mit welcher Besetzung Sie heute trainiert haben. Ich frage es trotzdem nur noch mal zur Sicherheit obendrauf, dass Sie aufgrund der Personalsituation vielleicht auf dem Flügel oder so noch mal einen ganz Jungen mitnehmen, der vielleicht auch gestern auf dem Flügel trainiert haben, hat. Das ist ausgeschlossen, oder? Ja, wir haben ja immer junge Spieler dabei. Ja, ob das jetzt Bilal ist oder Otto. Ja, die Jungs sind ja immer dabei. Aber wir haben ja unten auch noch Jungs, die wir immer dazunehmen, die vielleicht dann aber erst noch mal einen Schritt über die U21 machen oder U19. Ja, und dementsprechend versuchen wir ja immer zu agieren. Aber ja, ausgeschlossen ist nie was. Also von daher schauen wir mal. Ich meinte eigentlich, wenn ich nochmal nachfrage, ist es für Sie eine Idee, obwohl er heute nicht trainiert hat? Das gibt ja eigentlich selbst die Antwort. Aber ist es für Sie eine Idee? Das ist immer eine Idee. Ja? Ja. Immer. Weil wir immer ein Auge auf die Jugend haben und die Möglichkeit, wenn sie so gut trainieren und wenn sie sich so gut auch in die Mannschaft eingliedern, dass sie eine Chance haben, bei uns dabei zu sein. Das zeigen wir ja immer wieder und natürlich dann auch bei den Spielen. Lars Pegelow, machen wir die Klammer für NDR 90,3. Ja, ich würde bei der Personalsituation gerne nochmal kurz anknüpfen. Sie haben ja nun, oder Sie, nur erläutert, welche personellen Themen Sie jetzt gerade so haben. Ist das eigentlich so, dass Sie dann Ihr Spiel so ein bisschen umstellen, dass Sie vielleicht auch im Hinterkopf haben, okay, ich muss vielleicht gerade nochmal ein, zwei Prozent mehr Fehlertoleranz zeigen, weil die Jungs, die jetzt kommen, eben nicht fünf Spieler am Stück in den Knochen haben, sondern vielleicht dann nur Kurzeinsätze oder bleibt es einfach bei einer Marschrichtung, die Sie haben? Ja, das wäre ja nicht unser Anspruch. Ich erwarte schon von den Jungs, wenn sie reinkommen, dass sie optimal performen. Das ist der Anspruch von den Jungs, das ist mein Anspruch, dass wir immer ans Level gehen, immer ans Optimum gehen und das ist das Ziel. Dass es aber nicht immer möglich ist, das ist wieder was anderes. Das hat aber nicht immer nur mit Spielpraxis zu tun, sondern vielleicht auch mal mit dem Tag, weil das sind alles Menschen und vielleicht ist das dann an dem Tag ein bisschen zu viel oder du hast irgendwelche privaten Probleme. Das kann ich nicht immer, da kann ich nicht immer in die Jungs reinschauen, aber ihr Ziel und mein Ziel ist es schon, dass sie immer auf höchstem Level performen. Dann haben wir alle Fragen beantwortet. Vielen Dank für das Interesse und noch einen schönen Nachmittag. Vielen Dank. Vielen Dank.